Hallo Leute, ja in unserer kleinen Hütte sind wir und ich habe schon ein bisschen was gemacht. Schauen wir mal gerade rein, ob wir hier noch machen können. Uns fehlt auf jeden Fall eine Fackel. Die können wir mal gerade hier herstellen, weil die haben wir nicht mehr. Wir können leider nur eine bauen, aber das sollte auch erstmal reichen, weil wir wollen ja nicht unbedingt in den Dungeon gehen. Ich habe auf jeden Fall unsere Rüstung schon hier heiler gemacht. Das ist schon erledigt. Was können wir noch weglegen? Das habe ich nicht gemacht, das fehlt noch. Hier können wir noch das Leder wegbringen und der Stein kann da hin. Das Holz passt hier nicht mehr hin. Das Auge, da müssen wir mal gucken, das geht da hin. Nein, geht es nicht, weil es voll ist. Geht es hier hin? Ja, hier geht es hin. Holz müssen wir aber anders lagern. So, das heißt, wir gehen mal gerade schauen. Wir haben hier nicht genug Sachen zum Bauen. Wir können da eine Bronzebahn machen. Metzgermesser wäre noch möglich und das. Aber dafür fehlt uns Zinn. Das Metzgermesser könnten wir tatsächlich bauen, wenn wir Zinn hätten. Hatten wir nicht schon Zinn? Wir haben doch schon Zinn gemacht, oder? Habe ich das Metzgermesser schon? Ich glaube, ich habe schon das Licht auf der 3. Okay, dann ist das erledigt. Hier ist keine Kohle drin. Das heißt, wir müssen erstmal Kohle machen. Aber hier schaut das Logo und dann schauen wir weiter. So, jetzt müssen wir hier Holz reintun. Damit wir mal Kohle kriegen. Du hast keine Gegenstände mehr. Okay, ich habe nicht genug Puppen oder nicht genug Holz dabei. Das gibt es hier. Einmal Honig, das ernten wir natürlich. Dann lassen wir uns noch schnell ein bisschen Holz holen. Wenn wir noch welches haben, weiß ich jetzt gerade nicht. Habe ich das hier reingetan? Ja. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Obwohl, irgendwie macht das keinen Sinn hier mit unserer Wand da. Weiß ich auch noch nicht. Wir laufen da wohl falsch hin und her. Immer hier den Bogen macht nicht so viel Sinn. Wir sollten vielleicht die Zwischenwand mal drüber nachdenken wegzunehmen. Auf der anderen Seite kann es sich zurückziehen. Aber ich weiß nicht, ob man das hier muss. So, jetzt haben wir voll. Es ist voll. Die erste Kohle ist schon da. Wie schnell geht das? Na ja, zu lange dauert es, ne? Ich bin hier nass. Ich stehe an einem Ding ins Ofen, der weiß ich wie viele hunderte von Grad hat, ne? Meinen Sie, wie schnell das trocken ist? Aber na ja, vielleicht die Rückseite ist dann noch nass. So, das heißt, wir gehen mal hier hin. Und schmeißen da noch Kohle rein. Ich habe keine Kohle mehr. Auch gut. Können wir hier noch was reinschmeißen? Ich glaube nicht, ne? Na komm. Ne. Haben wir noch was zum Schmelzen? Zinn? Müsste doch hier noch drin sein, ne? Oder? Äh. Gut. An dieser Seite können wir nur Kohle reinschmeißen, ne? Hier die anderen Rohstoffe. Es ist voll. Jetzt haben wir wieder einen Zinnbarren rausgeholt. Den sollten wir auch in die Truhe schmeißen. Genauso das Holz erstmal hier wieder hinlegen und den einen Zinn natürlich auch noch reintun. Okay, das heißt, das läuft. Und was mir aufgefallen war, leider haben wir irgendwie kein Kupfer da mitgenommen, ne? Wir haben da zwar in dem Kupfervorkommen rumgehämmert, aber ich glaube, da ist kein Kupfer bei rausgekommen oder es liegt da noch und ich habe es nicht mitgenommen. Ich denke, es wird hell, wir laufen in die Richtung, ich glaube, das war hier so lang, oder? Da sehen wir gleich, wenn wir in diesem Wald ungefähr sind. Da ist schon ein Punkt, das müsste schon ein Kupfervorkommen sein, oder? Da muss ich jetzt gerade auf Karte gucken. Aber beide Punkte sind im Kupfervorkommen okay. Das heißt, laufen wir erstmal diese Richtung. Der Regen wäre schön, wenn er dann mal aufhört, aber momentan ist das wohl nicht so. Oh, da ist einer. Der bewirft uns schon und trifft auch noch. Wir sind Ausdauer nicht mehr da unterwegs, deswegen kriegen wir den auch nicht kaputt. Das war jetzt nicht so doll, ne? Okay. Ist da noch wer? Wohl nicht, oder? So, dann gehen wir mal langsam, damit wir jetzt nicht Ausdauer verlieren. Wo einer ist, ist bestimmt auch noch ein zweiter, oder? Was ist das? Ein Hirsch. Der war doch gerade hier, oder? Okay, der hatte schon ein Sternchen, ne? Okay, jetzt müssen wir nur gucken, wo unser Vorkommen ist. Das muss hier link sein. Jetzt bin ich hier in irgendeinem Busch fest, sodass das Kupfervorkommen. Jetzt müssen wir unsere Hacke rausholen und das abbauen. Jetzt haben wir keine Energie mehr, das ist immer schlecht, ne? Jetzt hört es wenigstens auf zu regnen, aber da hinten kommt der tolle Typ da. Jetzt müssen wir noch nichts wie weg hier. Denen will ich jetzt nicht wieder begegnen, dem Troll. Oh, jetzt können wir noch nicht mehr schnell laufen. Und der hat lange Beine, ne? Oh. Da habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust zu, mit dem zu kämpfen. Aber irgendwie muss ich den mal loswerden, ne? Ich weiß aber auch nicht, ob der wieder spawnt. Da war auch noch ein Kupfervorkommen, oder wie sehe ich das? Oh, jetzt sind noch solche, auch noch hier. Der Dicke ist da hinten. Oh, es hat keinen Sinn, der Dicke kommt. Ja, ich fang an zu frieren, super. Jetzt wird es auch noch dunkel, oder was? Dann lass uns mal auf die Lichtung gehen hier. Oh, es ist dunkel geworden. Also der war jetzt nicht so einfach wie der, oder? Ist da jetzt der Große? Ne, ne? Oh man, ne. Ja, es ist tatsächlich die Nacht, dann würde ich bedeuten, würde es bedeuten, wir gehen in die Hütte und zum Schlafen, ne? Macht ja anders keinen Sinn. Ich habe, glaube ich, gar keinen Kupfer abgebaut, oder habe ich doch einmal Kupfer abgebaut? Also mal schauen. So, willkommen home. Mal gucken. Der Schmelzofen ist ziemlich voll. Ja, komm, lass uns mal hier reingehen. Doch, wir haben einmal Kupfer bekommen. Wahnsinn. Steine, und jetzt sind die Steine auch da voll. Verlammern wir nicht hier. Fleisch haben wir hier, das müsste man mal grillen. Okay, hier geht es erstmal nicht weiter. Das heißt, wir brauchen Kohle, damit wir Zinn im Ofen. Oh, hier ist kein Feuer drin. Und dann machen wir erstmal Feuer rein. Hier haben wir schon mal Dingens drin. Und jetzt haben wir kein Holz mehr. Das ist leer, da wollen wir nichts machen. So, das heißt, du fängst an zu frieren, ja. Da machen wir uns jetzt den Ofen hier an, ne? Alles rein, was wir haben, 20. Ist voll. Haben wir noch mehr Kohle? Ja. Was kann ich denn jetzt hier rein tun? Die können da alle rein. Ja. Den nehmen wir mal mit raus. Die Kohle nehmen wir mal hier rein, weil die macht hier nur Sinn. Das Holz kann man hier rausnehmen, das macht hier keinen Sinn. Das ist da wieder Zinn rausgekommen, Zinn-Bang. Nehmen wir mal da hin tun. Und ich fange an zu frieren. Ja, wir gehen jetzt aber erstmal schlafen, glaube ich. Einmal Heier machen. Dann müssen wir unsere Rüstung gleich mal aufstehen, wieder die Sache schon fit machen. Gut, da geht es jetzt gerade richtig rund in der Nacht, während wir schlafen. Okay. Dann ist es wohl fertig. Fertigmachen hier, Rüstung. Hauptwerten können wir nix. Fackel können wir nie bauen. Gut. Achso, wir wollen vielleicht noch was weglegen. Harz haben wir ohne Ende. Hier können wir noch einen Stein loswerden. Und das Leder. So, dann will ich noch den uralten Samen, den will ich auch noch irgendwo hinlegen. Aber hier ist nix. Hier ist gar kein Platz, leider drin. Und das ist auch schon voll. Na, super. Gut, dann muss der uralte Samen wieder dahin. Das dahin, das dahin. Wir haben auch noch drei Stück von jetzt gekriegt. Dann muss das hier hin. Der uralte Samen. Kann dann hierfür hin. Ja. Dann sind wir da auch schon wieder durch. Die Kohle sind noch zweimal da dran. Das heißt, hier ist, das fehlt hier. Jetzt läuft hier einmal Kupfererz. Mal gucken, dass wir Holz machen, Alkohol machen. Hier liegt aber noch welche. Sechsmal. So, ist voll. Die Bienen. Oh, haben doch schon einmal wieder Honig gemacht. Sehr schön. Gut. Der Kupfer ist rausgekommen. Oder das Kupfer ist rausgekommen. Hier ist Bernstein. Ach so, hier ist der Honig. Gesundheit und Ausdauer hoch geht damit. Okay. Und den haben wir jetzt hier auch noch. Den wir dahin tun jetzt. So, jetzt sind wir den schon mal los. Zweimal Holz ist jetzt noch über. Hier ist aber alles voll. Und da ist falsches Holz drin. Was man so falsch nennen kann. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Dingens. Warte mal, die Kohle geht doch da bestimmt auch noch vielleicht rein. Das ist keine Kohle mehr. Okay, dann sind wir damit durch. Und da haben wir noch ein Zinn. So weit weg. Und jetzt können wir hier nichts machen. Aufwerten geht auch noch nicht. Herstellen geht auch noch nicht. Zwei Kupfer brauchen wir mindestens. Das heißt, das kann weg. Das mache ich auch jetzt hier rein. Und dann war es das erst. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir noch mal loskommen. Und dann doch noch mal vielleicht Kupfer kriegen. So. Wo wir hoffen, dass diesmal besser klappt. Und ich nicht wieder in den Arme laufe. Diesmal sehen wir auch ein bisschen was. So, da lang. Das liegt hier noch. Ein bisschen Fleisch. Ist das hier schon Pinienholz? Und da vorne ist schon mal einer. Das ist noch einer. Und die drei sind weg. Und jetzt müssen wir noch mal da lang. Ne, da ist es. Guck mal vorkommen. Mein Freund ist schon da. Hat er uns gesehen? Ich glaube schon. Kommt er oder kommt er nicht? Kriege ich den aus dem Wald gelockt? Ach, da ist wieder einer von denen. Kommt er hinterher oder nicht? Ne, ich glaube der verlässt den Wald nicht, oder? Müssen wir jetzt mal gucken. Aber wir haben überhaupt nichts zu essen. Das ist ja auch wieder geil, oder? Er steht da bestimmt noch um der Ecke, oder? Er wartet auf mich. Ist das hier Kupfervorkommen? Wo steht er denn? Ist ja auch kein Kupfer, ne? Wo ist er denn? Ich glaube er ist gerade nicht da. Da unten sind schon welche. Und die kommen schon direkt auf uns zu, weil wir so laut sind wahrscheinlich. Sind sie es beide? Ist der Werfer denn auch noch dabei gewesen, oder? Kommt weiter, Kupfer abbauen, ja. Na komm schon. Das war nur Stein, na super. Da steht Kupfervorkommen dran, ne? Das muss Kupfervorkommen da stehen, sonst kriege ich kein Kupfer daraus, kann da sein. Wieder nur Stein, oder was? Das war schon. Aber es war schon. Da ist... Und das ist... Da ist, bis bist du hier. Du bist. Wo bist du bist. Ich bin so. In der Welt. Da ist und da ist es vor. Ja. Das ist doppelrig. Alles Stein jetzt hier oder was? Das kann ja nicht sein, oder? Ich habe nur Steine aufgenommen, oder? Das ist ein bisschen mühselig, oder? Jetzt habe ich mal Kupfer dabei. Wenigstens ist Spitzhacke Fähigkeiten dadurch schon besser. Jetzt ist mein Werkzeug gleich kaputt. Dann lass uns gehen, hat ja keinen Sinn. Sorry, voll erkältet. Ich bin froh, dass ich die Feuer jetzt gerade durchgeschafft habe. Die machen wir jetzt hier auch gerade zu Ende. Ich gehe zurück, gucke zu, dass mein Werkzeug jetzt der Dreile wird. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020